Trends und virale Inhalte Identifizierung aktueller Trends auf Social Media und Integration in die eigene Content-Strategie. Kreative Ansätze, um mit eigenen Videos virale Aufmerksamkeit zu erzielen. Wie werde ich im Internet sichtbar? Starte mit Social Media für Erfolg durch deinen Online-Auftritt und mehr Sichtbarkeit. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Trends und virale Inhalte. Strategien für Social Media Erfolg. In der heutigen digitalen Landschaft, die von der ständigen Weiterentwicklung der sozialen Medien geprägt ist, spielen Trends und virale Inhalte eine zentrale Rolle. Sie sind der Schlüssel, um eine breite Reichweite zu erzielen und das Engagement der Zielgruppe zu erhöhen. In diesem Essay geht es darum, wie du aktuelle Trends auf Social Media erkennst, sie in deine eigene Content-Strategie integrierst und durch kreative Ansätze mit deinen Videos virale Aufmerksamkeit erzeugst. Die Dynamik von Trends und viralen Inhalten auf Social Media Die Geschwindigkeit, mit der sich Trends auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube entwickeln, ist atemberaubend. Ein einziges Video oder eine innovative Idee kann innerhalb weniger Stunden Millionen von Menschen erreichen und viral gehen. Für Marken- und Content-Ersteller liegt die Herausforderung darin, diese Trends frühzeitig zu erkennen und sie in die eigene Strategie einzubinden. Dabei sind Kreativität, schnelles Handeln und ein tiefes Verständnis der Zielgruppe unerlässlich. Aktuelle Trends auf Social Media erkennen Um aktuelle Trends auf Social Media zu identifizieren, ist es wichtig, die Plattformen, auf denen du aktiv bist, regelmäßig zu durchsuchen. Die Explore-Seite auf Instagram oder die Für-Dich-Seite auf TikTok sind hervorragende Ressourcen, da sie in Echtzeit die beliebtesten und am meisten diskutierten Inhalte anzeigen. Algorithmen dieser Plattformen sind darauf ausgelegt, dir Inhalte zu präsentieren, die viral gehen oder eine hohe Interaktionsrate erzielen. Ein weiterer effektiver Ansatz ist die Nutzung von Social Listening Tools und Analytics-Plattformen. Diese Tools helfen dir, Themen, Hashtags und Inhalte zu identifizieren, die gerade besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Die Beobachtung von Wettbewerbern und Branchenführern kann ebenfalls wertvolle Einblicke bieten. Analysiere, welche Themen sie aufgreifen und welche Art von Content bei ihnen besonders gut funktioniert. Diese Erkenntnisse können inspirierend sein und dir helfen, Trends zu erkennen, die auch für deine Marke oder dein Unternehmen relevant sein könnten. Nachdem du aktuelle Trends erkannt hast, besteht der nächste Schritt darin, diese Trends in deine eigene Content-Strategie zu integrieren. Es ist wichtig, dass die ausgewählten Trends zur Marke und zur Zielgruppe passen. Ein einfacher Weg, dies zu tun, ist die Anpassung bestehender Trends an deine Nische. Du könntest zum Beispiel einen viralen Tense oder ein beliebtes Meme aufgreifen und es an dein Thema oder deine Marke anpassen. Dabei solltest du authentisch bleiben und sicherstellen, dass die Inhalte mit deinen Markenwerten übereinstimmen. Eine weitere Strategie ist die zeitnahe Reaktion auf aktuelle Ereignisse und sogenanntes Moment-Marketing. Hierbei greifst du aktuelle Geschehnisse oder gesellschaftliche Diskussionen auf und verknüpfst sie geschickt mit deinem Content. Ein Beispiel könnte eine humorvolle Reaktion auf ein populäres Ereignis sein oder eine Kampagne, die einen aktuellen Trend aufgreift und ihn in einem neuen, unerwarteten Kontext platziert. Kreative Ansätze zur Generierung viraler Inhalte Um mit deinen Videos virale Aufmerksamkeit zu erzielen, brauchst du eine Mischung aus Kreativität, Authentizität und strategischem Denken. Ein kreativer Ansatz könnte die Anwendung von Storytelling-Techniken sein, um eine emotionale Verbindung zu deiner Zielgruppe herzustellen. Menschen lieben Geschichten. Besonders solche, die berühren, inspirieren oder zum Lachen bringen. Wenn du authentische und emotionale Geschichten erzählst, kannst du die Zuschauer fesseln und sie dazu bewegen, deine Inhalte zu teilen. Ein weiterer kreativer Ansatz ist der Einsatz von überraschenden oder unerwarteten Elementen in deinen Videos. Inhalte, die das Publikum überraschen oder schockieren, haben ein hohes Potenzial, viral zu gehen. Ein Beispiel dafür könnte ein Video sein, das eine unerwartete Wendung nimmt oder mit den Erwartungen der Zuschauer spielt. Der Einsatz von Humor ist ebenfalls ein bewährter Weg, um virale Aufmerksamkeit zu erzielen. Lustige Inhalte werden häufig und gerne geteilt. Achte jedoch darauf, dass der Humor authentisch und markenkonform ist, um glaubwürdig zu bleiben. Außerdem kannst du durch die Zusammenarbeit mit Influencern oder durch die Teilnahme an viralen Challenges die Reichweite deiner Inhalte erhöhen. Influencer verfügen oft bereits über eine treue Anhängerschaft, die ihnen vertraut und deren Inhalte sie gerne teilen. Die Rolle von Timing und Engagement Neben der Kreativität spielt auch das Timing eine entscheidende Rolle bei der Erstellung viraler Inhalte. Es ist wichtig, dass deine Inhalte zur richtigen Zeit veröffentlicht werden, nämlich dann, wenn deine Zielgruppe am aktivsten ist. Viele Plattformen bieten Analysen, die dir zeigen, wann deine Follower online sind und am häufigsten mit deinen Inhalten interagieren. Diese Informationen kannst du nutzen, um deine Veröffentlichungsstrategie zu optimieren. Ebenso wichtig ist es, auf das Feedback und die Interaktionen deiner Community einzugehen. Virale Inhalte entstehen oft durch eine enge Interaktion mit den Zuschauern. Sei aktiv in den Kommentaren, beantworte Fragen und nimm an Diskussionen teil. Dies zeigt nicht nur, dass du deine Community schätzt, sondern kann auch dazu beitragen, deine Inhalte weiter zu verbreiten. Der Weg zu viralen Inhalten, die Identifizierung aktueller Trends und deren Integration in deine eigene Content-Strategie sind entscheidende Schritte, um auf Social Media erfolgreich zu sein. Dabei solltest du stets offen für neue Ideen sein und bereit sein, kreativ zu denken. Mit einer klaren Strategie, einem guten Gespür für Trends und einer Prise Kreativität kannst du Inhalte schaffen, die viral gehen und eine große Reichweite erzielen. Die wichtigste Regel bleibt jedoch, immer authentisch zu bleiben und Inhalte zu kreieren, die zu deiner Marke und deiner Community passen. In der dynamischen Welt der sozialen Medien geht es nicht nur darum, Trends zu folgen, sondern sie auch zu verstehen und zu nutzen, um eine bedeutende Verbindung zu deiner Zielgruppe aufzubauen. Durch ständige Anpassung und Innovation kannst du sicherstellen, dass deine Inhalte nicht nur gesehen, sondern auch geschätzt und geteilt werden. Mit diesen Ansätzen kannst du sicherstellen, dass du im digitalen Zeitalter relevant bleibst und die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe aufrechterhältst. Trends und virale Inhalte sind mehr als nur kurzfristige Phänomene in den sozialen Medien. Sie sind wichtige Werkzeuge, um die Reichweite zu steigern und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Indem du die neuesten Trends erkennst und in deine Content-Strategie integrierst, kannst du eine größere Verbindung zu deiner Zielgruppe aufbauen und den Erfolg deines Online-Auftritts sichern. Authentizität, Kreativität und schnelles Reagieren sind die Schlüssel, um im dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfeld der sozialen Medien erfolgreich zu sein. Mehr im Buch Wie werde ich im Internet sichtbar? Starte mit Social Media für Erfolg durch deinen Online-Auftritt und mehr Sichtbarkeit auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.